hello und herzlich willkommen zurück zu einem neuen teil von wolfenstein 2 wir sind hier auf dem schiff der netten dame frau engel versuchen irgendwie unser u-boot frei zu bekommen was mir hier weiter vorankommt der tank sieht explosiv aus ich glaube da schmeißen wir jetzt einfach mal eine granate rein schießen wir drauf wir schießen auf als lustiges okay lustig das war nix da war nix nein nein hallo war dann kommandant wer jetzt nicht so losgeprescht ja 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 granate schepper boom alle tot ganze welt ist glücklich ein neuer ausgang habe ich nicht gesehen das signal fängt gut an das video ja ich freue mich auch wie die hölle ein neuer ausgang achto exklusione treibstofflager 3a sicherheitspersonal im bereich unterzüglich untersuchen wiederhole exklusione treibstofflager 3a sicherheitspersonal im bereich unterzüglich untersuchen jetzt haben alle die großen knarren oder ja ja wow dann holz mal halt einmal so hinein ist auch mal lustig gut ja na ja na Wut? Wut? Jetzt sind wir wieder davon, ja? So, jetzt bleiben wir mal hier oben. Genau. So, probieren wir es mal so. Aber da waren jetzt echt viele, na gut, das war Verstärkung. Wow, toll, wie willst du denn den bitte sehen? Komm, das ist auf den Arsch, jetzt mal ehrlich. Wie willst du denn dich da... Nicht schimpfen. Habt ihr ihn gesichtet? Nein, noch nicht. Weißt du, wo er steckt? Nein. Hey du, steh'n geblieben. Such eine bessere Position. In Ordnung. Oh. Ja, 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 verdammte Kacken-Lurimist-Müll. Wir hatten ja mich sehen können. Et doch, scheiße ist das. Habt ihr ihn gesehen? Nö. Hast du was gesehen? Negativ. Hast du den Kerl gesehen? Negativ. Ach komm, er zwickt euch. Geht's dir gut? Oh, oh. Siehst du was? Der Lauf in den Arsch ist das, mir nur 50. Ich bin 50. Oh Gott. Was ist die Granate? Lauf, mein Freund! Er leckt mich am Arsch! 1 HP! 1 HP! Ja, wir drehen jetzt runter. Ich bin zu blöd dafür. Gibt's ja nicht. War ich zu feurig am Anfang, aber man dachte, ja, Dresde hoch, sehr langweilig. Man lernt dazu, ja. Machen wir jetzt ganz anders. Nee, das geht nicht. Ich habe sie irgendwo gesehen. Negativ. Gesehen? Nein. Irgendwelche Spuren von dem Kerl? Irgendwelche Spuren? Nee. Hey! Da, die Entspannung! Alle Höhe! 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 All right, mit Hirn und Verstand! Alle Höhe! Alle Höhe! Man verbringst du! Ich bin brothers & sisters today! Ich bin schmerzen! Ich bin zu schmerzen! Also, ich bin zu schmerzen! Mein Herrgardsnamen, seid ihr nur ganz sauber, was ist doch Zuffer, ha? Geh, geh, geh! Kommen wir sind jetzt einfach todesmuttig. Wo ist denn der Bapsack? Was ist denn herzlos? Wir haben alles. Schaut sie mit der Munition aus. 106. Gut. Okay. Oh? Was ist denn da noch grad blinkt? Munition. Gut. Haben wir alles. Weiter geht die Party. Da ist sie, die Steuerzentrale. Da muss ich auch Munition machen. Will ich da jetzt echt rein? Yay. Äh. Ja, ich bin aber noch auf dem Bübel. Da. Da. Haltet euch sofort irgendwo fest. So gut ihr könnt. Ah. Ah. Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Mathe! Wach auf, Max! Max, alles! Max, alles! Er ist da! Max! Max! Okay, kommt jetzt! Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blazkowicz! Schaut gut! Dann... Die Hammer-Faust ist frei und ich gehe zurück zu unseren Leuten. Party weiter! Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Geht hier weiter. Nicht doof. Was? Wut? 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 Wieso geht es hier nicht mehr runter? Komm du Arschkamp Granate 1 Granate 3 Granate 3 Hallo Komm Gut 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 Ja ich hab verstanden Das Teil muss ich irgendwo aufladen Ach das habe ich da vorne Ja ja ich weiß schon wo Genau hier Es ist wie ein Elektroauto nur anders Supercharger Station Wooh Oh, ich bin mir ein bisschen gestern. E-Post. So, jetzt laden wir noch mal auf. Gut. Geht er ab, die Knarre wie Schmidt-Katze. Schauen wir mal, ob es einen taktisch klügeren Weg gibt. Oh yeah. Wie? Warum? Er hat doch noch nicht einmal geschossen. Ahem. Ahem. was bringen uns die kommandanten kills erhöhte schaden mit schallgedämpften waffen gut was haben wir hier schon, bewittert schaden mit einsatz des visiers ackel 5% gut bewittert geschwindigkeit beim ducken, schaut auch gut aus wieder bei einsatz des visiers, das ist ganz gut taktik, senk den durch laserwaffen erlitten den schaden elektrische betämmung, ja, haben wir nicht gemacht die herrname, gut, das beichern schallgedämpfte waffe wäre natürlich gold wert, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden du bleibst jetzt da stehen, du bleibst da stehen, du bleibst hier stehen jetzt schaut er in meine richtung, oder? sofort im bereich durchkämmen oben wir schießen den gleich ab so schaut der Plan aus ein bisschen Gas geben das war jetzt gar nicht so klug ja, 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 ja du meinst, du hast mir straft, ich weiß was, was war das für ein Geräusch? wo ist der Haupttaucher? euer du, 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 du du, sie Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Superb. Mehr Munition können wir jetzt mitnehmen. 240. Let's go! Wir verschwinden jetzt von hier! Seht schon? Noch gerade so schön. Ja, ja. Gut, haben wir das Level geschafft. Oder auch nicht. Aha. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Feuer! Los geht's. Los geht's. Oh, Gott. Danke. Curtis? Heilige Mutter, tut das weh. Zappeln Sie nicht so rum. Wollen Sie mehr Schmerzmittel? Nein, 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 nein. Machen Sie einfach, Mann. Hört her, Leute. Caroline hat einen Plan. Ja. Die Befreiung der Vereinigten Staaten von Amerika. Caroline wollte die USA befreien und von dort aus den Rest der Welt. Und was auch immer passiert, genau das werden wir tun. Für Caroline. Um Himmels Willen, Max, hör auf zu helfen. Warum ist die da mit an Bord? Weil wir ohne sie alle längst tot wären. Wir schulden ihr was, darum können wir sie nicht töten. Es sei denn, sie verarscht uns. Verarschen Sie uns? Nein, Mister. Ich bin keine von denen. Nicht mehr. Na gut. Na gut. Also, Caroline hat Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsstelle in New York. Wenn wir Caroline's Plan umsetzen wollen, müssen wir uns mit amerikanischen Widerstandsgruppen zusammentun, um die Menschen für einen Aufstand zu gewinnen. Was für Teufels Namen geht hier verdammt nochmal vor? Etwas durchbricht die Oberfläche. Mehrere Objekte. Das ist diese verdammte Frau Engel. Will mir jemand verraten, wie sie uns gefunden hat? Ähm. Mut auf. Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position. Na toll, das ist fantastisch. Der Ausmerzer hat die Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Und von wem? Sektion F? Wie bitte? Okay. Okay. Da ist sie. Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut. Da ist keine Tür. Was wenn doch... Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Untersucht ihr das? Ich muss mich erstmal hinlegen. Los, Kinder, los. Hier. Verschieben sie den Schrank. Faszinierend. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge. Hierher. Nehmen sie das. Fergus hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf. Wenn du fertig bist, Kurser. Jawohl, ja. Lasercraftschweige zum Schießen, zum Zielen, E-Halten, eine Ladestation aufzuladen. Was haben wir für Knarchen? Wir nehmen dich einmal. Und wir nehmen dich einmal. Gut. William, finde den Sender und schalte ihn aus. Sonst reißen sie unter Wasserbomben den Rumpf auf. Mach mal doch alle... Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Hm. Hm. Ich komme! Juhu! Der Arschkrampen. Drück hier, um einen Beil zu werfen. Das sind wir doch völlig dabei. Ein Beil haben wir. Ich hätte gerne mehr. Yay! Wieder voll die Glöden. Weil's so schön ist. Zack! Klöten ab! Fleber weg! Alles gut. Ich will weitermachen. Ist das geil. Gefällt mir! Ja, das ist cool. Aber echt Laune ist das Spiel. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist zwar ein bisschen schwierig teilweise. Aber es war ja kein Kindergarten, nicht hier. Ein bisschen Herausforderung schadet mir. Okay. Kriegen wir nicht mit dem Beil. So. Wie viel wir geschmiert gab's? Ich bin jetzt beide, beide weg. Ich schätze, da war doch nichts. Du! 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 Stinkt mir jetzt mit dem Beil! Ich hab die Maschinenraumkarte gefunden! Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott. Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. Oh Gott, oh Gott. gut nicht mehr so gut genau erst mal wieder ein bisschen sauber machen ist das eine blöde sichthäler, was ist der Kirre die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor fünf Monaten erobert hast sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt pass auf dich auf, Liebling wir haben uns noch nicht gefunden warum? die Terroristen sind kognitive sie sind nicht besonders schlau er könne so kleinen Hotelisten es war eine ernst gemeinte Frage erstens sind die Hände scheinlicht wir waren ziemlich ruhig zweitens ist unser U-Boot das größte Weltmeind schon seit Jahren wir haben immer noch nicht weiß es ist einfach zu groß bist du etwa alles? nein tja da hast du keine Antwort wenn der Ausreiz eine Zock sei froh, dass sie uns nicht gefunden haben wie ist es mit dem wahnsinnigen Terroristen zu tun gekommen wo bist du Arschkampen? der Weg gracias wo ist und aber und das hier gibt Oh oh Komm, hast du schon? Der Saftzecke Da bin ich! Oh oh, das war die Granate Uiuiuiui Tut klar William, ich hab mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt Hab ich jetzt von dem da unten den Code? Hat er mir nicht angezeigt Das war er Was ist das denn? Nein, ist es nicht Wenn es so viele Ladestationen gibt, dann nehmen wir dich Ich Was kriegen wir denn immer für Anfälle? Caroline Ich glaub ich schaff's nicht Noch ein paar Wochen vielleicht Mit ihrer Hilfe Warum nicht? Warum nicht? Durch mein Freund Ich lade dich bei Kaiser in Berlin zu einem Kotlet ein Wenn uns der Suchtrupp hier raus holt Auch nicht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben noch ein paar Worte Wir haben noch eine Worte Wir haben noch zwei Worte Was war das? Was war das? Nein. Hier ist er. Was zur Hölle? War das schon ein Geräusch? Schaffen wir das? Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Wir belassen das jetzt für heute so. Das machen wir alles in einem nächsten Video. Ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Und ich hoffe wir sehen uns in einem nächsten Video. Und ihr seid mir dabei, wie wir hier weiter Wolfenstein 2 dabbeln. Wie immer. Likes, Kommentare, Folgen, Subscribe, alles machen wie gehabt. Und ich danke euch für das Zuschauen. Man sieht sich bis dahin. Servus. Likes. Mögen, Sie können uns das mal sehen.